Mir taugt, dass die Kinder so eingebunden sind, dass die da mitmachen können, dass es ihnen eine Pfade ist und dass es etwas zum Drucken und zum Sehen gibt. Aber ich finde es interessant, dass einfach die Mischung von Text und auch mit dem modernen Touch und mit dem, was sie verbunden haben, das haben sie echt gut gemacht. Vor allem, weil mich jetzt schon interessiert, was dort steht, weil ich es lese und dann in der Verbindung mit den Bildern und mit der Gestaltung ist es sehr gut. Man darf es selber auch mitmachen und das mit den Bildern, wo es dann so Lichter aufleichtern und so, das finde ich viel cool. Ich glaube, dass es auf alle Fälle sehr spannend ist, das ganze Thema und wir haben schon einige Gruppen gebildet, wo wir Vereine oder Verwandtschaftstreffen dann haben, wo wir im Zuge dessen auch die Landesausstellung besuchen werden. Nein, das habe ich nicht gewusst, dass es Familienführungen auch gibt und ich finde es ganz super, dass das jetzt auch angeboten wird.